was ich krass finde ich habe mal auf eine entfernung von wer weiß wie viele hundert metern mit der pistole getroffen mit dem scharfschützengewehr kann die kugel nicht an wir sind mal vorher runtergefallen die zone ist ja da wo wollen wir hin achtung das gas breitet sich aus zur sicherheitszone gehen hier geht dahin so ihr jetzt raus so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe noch 25 plus 9 Spezialmunition Dann halte ich mich jetzt da raus mit dem Scharfschied Da Gegner direkt neben uns Jetzt also nicht Scharfschieds, sondern richtig hier bei uns Da ist auch ein Sniper bei Werde hier beschwungen Einer knock Ich bin am Wattelzahn, sehe ich es nicht Hit Down Tot Hat er beide? Oder alle drei? Ja, ja Doppelabschuss Haben wir weggemacht Ausgelöscht Ja die schießen auch hier hinten müssen auch noch gegner sein die schießen im jahr da sind gegner direkt neben uns gute nacht und danke fürs reinschauen da sind sie da hinten ein habe ich gedacht die müssen jetzt zu uns kommt auch jetzt zu uns kommt einer läuft Oh! Da ist einer! Habt ihr den Shield Break? Er ist weg! Auf der Oberfläche! Jawoll! Ich habe nicht gesehen! Kommt ein bisschen zu mir, die Zone kommt! Kann ich hier sein? Auf meinem Herztagland glaube ich nicht. Da haben sie wahrscheinlich weiß und kalt. Aber es sind doch wir und ein anderes Team! Okay, die müssen ja jetzt irgendwo herkommen. Aus dem Geist raus. Ja! Ja! Jawoll! 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 Ja! Geil! Mit nur zwei Kills! Super! Super geil! Super geil! Super geil! Ja! Ich darf das mal leben darf! Ich darf das mal leben darf! Ja! Ist das geil! Aber der erste Sieg für mich tatsächlich auch! Mein zweiter Platz! Dritter Platz! Andauern! Aber erster Platz! Jawoll! Dankeschön! Yeah! Auch wenn es für mich eine Zeit langweilig war, dass ich euch die ganze Zeit nur den Rücken abgedeckt habe, während ihr gesniped habt, aber immerhin! Ja! So warte! Ich habe, glaube ich, den Scream habe ich sogar, glaube ich, äh, Sniper God... Äh, warte! Wie habe ich den genannt? Ich muss mal gerade kurz nachgucken! Wir haben insgesamt nur sieben Kinds! Warth of Sniper God wird das der Sieg! Ja genau! Wird das der Sieg! Ja genau!